Ja, jetzt kommt sie, die große Kälte. Wir hätten sie eigentlich eher im Winter erwartet, aber im Winter war es durchaus sehr mild gewesen. Es war mal wieder... Ja, jetzt im Frühling, da kommt sie, die Kälte. Im Winter haben wir vielleicht drauf gewartet hier und da, da ist nichts passiert. Es war einer der schneeärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es war zeitweise richtig warm gewesen, aber jetzt kommt die Kälte immer wieder zu uns nach Deutschland gewabert. Und auch jetzt in der Karwoche wird es richtig kalt werden. Diese Wetterkarte zeigt die Temperaturabweichung in rund 1500 Metern Höhe im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Und wir sehen genau hier über Deutschland, aber auch über Osteuropa ist es deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Und die Warmluft, die liegt quasi vor unserer Haustür auf den britischen Inseln, ist es viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Aber bei uns, da geht das kühle Wetter munter weiter und wir müssen sogar Richtung Ostern verbreitet mit Nachtfrost rechnen. Da stellt sich natürlich die Frage, wird es irgendwie überhaupt nochmal warm bis Anfang Mai? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Die neue Woche bringt zumindest ein bisschen mehr Sonnenschein, weniger Wind und vor allen Dingen kaum noch Regen. Aber dafür geht es richtig kühl weiter. Heute Morgen sind wir schon kalt gestartet. Das sind einige Frühwerte. Gemessen in zwei Metern Messhöhe. Da haben wir den Brocken minus 7,9 Grad. Bad in Meckpomm minus 5,3 Grad. Karlsfeld minus 3,8 Grad. Aber auch in Norddeutschland war es richtig kalt gewesen heute Morgen. Lübeck minus 3,6 Grad. Quickborn ebenfalls minus 3,6 Grad. Aber direkt über dem Erdboden in 5 Zentimetern Messhöhe war es noch kälter gewesen. Man beachte mal hier. Quickborn minus 7,4 Grad heute Morgen. Itzehoe minus 6,4 Grad. Hamburg selbst minus 6,3 Grad wurden hier heute Morgen gemessen. Ein richtiger Kaltstart in diese Wetterwoche hinein. Und wie gesagt, es ist wenig Niederschlag zu erwarten bis zum späten Karfreitagabend. Ein bisschen was hier im Osten des Landes. Teilweise auch rüber Richtung Landesmitte. Aber ansonsten sehr wenig Regen. Ab und zu mal ein bisschen Sprühregen. Aber die großen Regensummen dürften erst mal durch sein. Ja und die Temperatur, die steckt wirklich im Keller fest. Das hier ist die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell für Köln bis zum 17. April. Wir sehen hier die Luftmassentemperatur in rund 1500 Metern Höhe. Zum Vergleich mal hier in Rot das Klimamittel, das langjährige. Da sollten wir eigentlich liegen und da liegen wir aktuell deutlich drunter in Köln. Zum Teil bis minus 7, minus 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das heißt auch unten am Erdboden wird es einfach nicht richtig warm werden. Aber auch danach, da schwanken wir meist maximal um das Klimamittel herum. Also wer da auf eine schnelle Erwärmung hofft bis zum 17. April, den muss ich enttäuschen. Da sind keine dauerhaften 15 bis 20 Grad in Sicht bei uns in Deutschland. Es geht erstmal sehr schleppend Richtung Frühlingswärme. Ja und dieses Hoch hier, das bringt uns das sonnige Wetter, aber eben auch die kalten Nächte. Nachts ist es klar und zugleich strömt hier aus Nordosten die kalte Luft zu uns nach Deutschland. Tagsüber vor allen Dingen der kalte Nordost- und Ostwind, der lässt uns die Temperaturen noch ein bisschen kühler empfinden, als sie eigentlich tatsächlich sind. Auch heute haben wir diesen kalten Ostwind gemessene Temperaturen um die plus 5 bis plus 11 Grad. Mehr ist da nicht zu erwarten. Zeitweise Wolkenfelder, zeitweise aber auch recht viel Sonnenschein. Wenn die Sonne den ganzen Tag scheint, dann haben wir heute so 12, 13 Sonnenstunden. Also eigentlich ein ganz freundlicher Tag, aber der kalte Ostwind, der macht es dann doch weniger freundlich. Ja und die kommende Nacht, die bringt verbreitet Frost um die minus 1 bis minus 5 Grad Richtung Alpenrand bis zum minus 15 Grad. Es wird also wieder richtig kalt werden und auch der morgige Dienstag bringt uns teilweise Wolken nach Norden, nach Süden Sonnenschein. Temperaturen fast unverändert, plus 6 bis plus 11 Grad, mehr sind nicht drin. Auch die Nacht zum Mittwoch bringt wieder Frost um die minus 1 bis minus 5 Grad im Alpenraum bis zu minus 10, teilweise minus 15 Grad über Schnee. Sofern dann dort welcher liegt, regional ist ja noch was vorhanden und dazu ein locker bewölkter Himmel, teilweise auch komplett klar, aber eben sehr sehr kalt die Nacht. Zum Mittwoch, auch der Mittwoch bleibt unterkühlt. Immer noch dieser sehr kühle Ostwind, zumindest teilweise. Temperaturen plus 6 Grad an der Ostseeküste, so 11 bis 12 Grad entlang des Rheins. Die höchsten Gefühle, die da erreicht werden in Sachen Frühlingstemperaturen, eigentlich auch hier viel zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Und der Gründonnerstag, der könnte uns ein paar Spritzer Regen bringen, zumindest hier im äußersten Westen. Viel wäre es aber nicht, viele Wolken, Temperaturen unter den Wolken 11 bis 12 Grad, auch sonst so 9 bis 12 Grad und zumindest hier im Nordosten etwas freundlicher. Und der Blick auf den Karfreitag, ja wir sehen es hier, sogar Schneeflocken tauchen schon wieder auf in mittleren und höheren Lagen des Ostens Richtung Erzgebirge, teilweise Thüringer Wald. Da kann es ein paar Schneeregen oder Schneeschauer geben, ansonsten Temperaturen so 6 bis 11 Grad, vielleicht auch mal bis zu 12 Grad und hier und da ist ein kurzer Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Wir schauen auf den Kar-Samstag, auch der bringt viele Wolken, wenig Sonnenschein und es geht sehr kühl weiter. Die Höchsttemperaturen gerade mal plus 7 bis plus 11 Grad. Und wie gesagt, meist dominieren uns die Wolken und jetzt die spannende Frage, was macht das Osterwetter? Das ist immer noch so ein bisschen, ja, undurchsichtig momentan, ziemlich unterkühlt, plus 6 bis plus 11 Grad am Ostersonntag. Also Grillwetter an Ostern sieht nun wahrlich anders aus. Später auch hier im Südwesten mal ein paar kurze Regengüsse, auch im Westen kann es Regen geben. Schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen ausführlicher an. Ja, und der Ostermontag, ach du lieber Gott, noch ein bisschen kühler Temperaturen im Westen, gerade mal 7, 8 Grad. Das sieht wirklich nicht nach frühlingshaften Ostern aus. Ab und zu scheint zumindest mal die Sonne und Ostermontag ist dann wahrscheinlich weitgehend trockenes Wetter angesagt. Wobei auch hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also wirklich frühlingshaft will Ostern 2023 wohl nicht werden. Wir schauen noch mal kurz auf die Wetterlage, ganz frisch berechnet vom amerikanischen Wettermodell heute Morgen. Ja, und hier im Westen könnte es tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen Regen geben. Auch hier in der Landesmitte etwas Nässe, ansonsten trockenes Wetter, aber viele Wolken. Die Sonne hat es relativ schwer und der Blick auf den Ostermontag zumindest auch da. Viele Wolken hier und da im Osten und im Norden vielleicht mal Regenschauer, auch hier in den Alpen ein bisschen Regen oder Schnee in höheren Lagen. Und dazu noch der Blick auf die Temperaturen am Ostermontag in 1500 Metern Höhe. Ja, und da ist es schon wieder da. Die Höhenkälte, sie strömt hier rein von Nordosteuropa, minus 6, minus 7 Grad in 1500 Metern Höhe. So schnell werden wir die anscheinend nicht los. Und dementsprechend bleibt es auch in den frühen Morgens schon relativ kühl. Am Ostersonntagmorgen hier am Nordosten, Meck-Pom, Norden von Brandenburg, Berlin teilweise, bis nach Schleswig-Holstein, Temperaturen 0 bis minus 1 Grad. Da kann es am Ostersonntagmorgen leichten Frost geben, beim Eierverstecken im Alpenraum auch bis zu minus 10 Grad am frühen Morgen. Ansonsten die Frühtemperaturen plus 2 bis plus 7 Grad, also auch nicht wirklich warm. Und noch der kurze Blick auf den Ostermontagmorgen. Und der Frost nimmt noch ein bisschen mehr zu. Er breitet sich aus in der gesamten Nordhälfte plus 2 bis minus 1, minus 2 Grad. Auch hier in den Mittelgebirgslagen um die 0 bis minus 2 Grad. Und nur an den Flüssen dann doch deutliche Plusgrade Richtung Rhein, beispielsweise 6 bis 7 Grad über 0. Ja, wie geht es danach weiter? Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 18. April. Und da ist wirklich Frühlingswetter mit angezogener Handbremse angesagt. Zunächst deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Bis Ostern liegen wir hier bei minus 9 bis teilweise minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Diese Wetterlage Anfang Januar hätte uns im Norden Dauerfrost unten in tiefen Lagen gebracht. Jetzt aber im April gibt es da keinen Dauerfrost mehr. Trotzdem nur kühle Werte um die 5 bis 8 oder 9 Grad. Und wir bleiben eine ganze Weile unter dem Klimamittel drunter. Und auch danach, da hangeln wir uns maximal so um das Klimamittel herum. Und es gibt Ausreißer nach unten schon wieder Richtung minus 10 Grad Marke bis Monatsmitte. Also das kalte Wetter scheint noch nicht so ganz überstanden zu sein. Und ab und zu gibt es auch mal etwas Niederschlag. Und auch im Westen des Landes ist der Frühling mit angezogener Handbremse unterwegs. Die Temperaturen in dieser Woche zum Teil deutlich am Tag, auch unter 10 Grad. Nachts leichter Frost und auch danach über Ostern maximal so 10 bis 12 Grad. Und so geht es weiter bis zum 18. April. Hier ist die 15 Grad Marke und selbst die erreichen wir kaum im Mittel aller Berechnungen. Es gibt zwar ein paar Ausreißer Richtung 20 Grad, aber das sind nun mal nur die Ausreißer. Genauso gut gibt es Ausreißer nach unten. Die sehen gerade mal Tagestemperaturen um die 5 Grad zum 17. und 18. April. Man hat wirklich das Gefühl, diese Kälte könnte bis Mai anhalten. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier kaum Niederschlag. Das lässt deutlich nach der Regen. Aber die Temperaturen, die bleiben auch im Keller. Die nächsten Tage 5 bis 7 Grad. Über Ostern maximal so um die 10, 11 Grad. Und auch danach bis zum 18. April vielleicht mal maximal 15 Grad. Die 20 Grad scheint aber erstmal nicht wirklich erreichbar zu sein. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier lässt der Niederschlag deutlich nach. Aber warm wird es eben auch nicht werden. Die Frühlingstemperaturen, die halten sich arg in Grenzen. Die nächsten Tage 5 bis 6, 7 Grad als Höchstwerte. Nachtsfrost bis zu minus 5 Grad. Und auch über Ostern gerade mal schlappe 10 Grad. Und danach bis zum 18. April so 13, 14 Grad. Einzelne Ausreißer zumindest mal Richtung 20 Grad Marke. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier keine echte Überraschung mehr. Viel zu kalt für die aktuelle Jahreszeit geht es weiter. Ab und zu gibt es ein paar Niederschläge. Ja, der April bleibt dabei. Die Prognose, die neueste vom amerikanischen CFS-Modell. Ausgeglichen, weder zu warm noch zu kalt. Zumindest nach dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Naja, wenn es wirklich so unterkühlt weitergeht, wird es wahrscheinlich auch bald blau werden bei uns in Deutschland. Da könnte der April sogar etwas zu kalt enden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Hoffnung für alle Frühlingsfreunde macht weiterhin der Mai. Der bleibt sehr mild gerechnet. So ein bis zwei Grad wärmer im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Soll der Mai werden, aber auch das müssen wir erstmal noch abwarten. Machen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Das war's vom Wetter am Montag. Kommt gut in diese neue kurze Wetterwoche hinein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen wir mal.